Mahlzeit Buddies und herzlich willkommen zurück zu Green Hell mit Antares und den letzten Buddies. Hello. Hallo. Verdammt, das war ein Synchron. Leute, erste Folge habt ihr gesehen. Das war echt, ja, zum Reinkommen. Und zwar fortwörtlich, es hat nichts gepasst, wir hatten keine Ahnung. Wir haben beschlossen jetzt den Spielstand von neu anzufangen, direkt in der zweiten Folge, bevor wir uns da weiter verirren und nichts wissen. Antares hat nach der ersten Aufnahme sich mal direkt das Tutorial vorgenommen, dass wir wenigstens die Basics drauf haben. Jo, und jetzt guidet er uns hier so ein bisschen durch, was er halt weiß. Fokus ist auf Schelder bauen, also auf einem Zelt oder Schlafplatz. Wir vermuten, dass wir das zum Speichern brauchen. Und natürlich Nahrung. Wir hatten ja ein derbes Nahrungsproblem und das wollen wir jetzt ändern. Und los geht's. Und los geht's. Jo, also als erstes sollten wir mal gucken, dass wir an Steine kommen. Steine, okay. Dass wir zumindest mal eben uns, ja, eine kleine Axt bauen können. Hier, Liane mitnehmen. Okay. Eine kleine Axt oder ein Speer oder so, den können wir dann machen mit der Axt. Ja, jetzt müssen wir erst mal gucken. Irgendwie so ein paar kleine Steine und dann kann's losgehen. Ja, ich versuche auch nicht so viel zu sprinten. Ich hab das Gefühl, dass, wenn man keine Nahrung hat, sollte man nicht sprinten. Also ich laufe ganz gemütlich hier durch die Gegend auf jeden Fall. Das ist für mich auf jeden Fall ganz schwer. Erwähne ich's, ja. Hier. Kann man den Bambus mit den Fäusten zerkloppen? Nee, dafür brauchen wir nämlich die Axt. Gut, was braucht man denn für die Axt? Irgendwann müssen Steine sein. Steine, okay. Stein, genau. Ich laufe mal hinter Antares hinterher, dass wir uns nicht verlieren wieder. Ja. Wie in der letzten Folge, wo wir dann, oder wo ich dann nicht mehr wusste, wo du dann umgefallen bist. Ja. So können wir uns ja helfen und uns aufhelfen und so weiter. Unbekannte Frucht. Ich glaube, das kann ich nicht mit. Also, wenn wir jetzt mal ein paar Steine... Hier sind Steine. Ich hab ein paar Mikro-Lags hier. Also ich spiel auch nur auf 50 Frames. Ich muss da noch was einstellen demnächst. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm beim Zuschauen so ein bisschen. Ja, ich hab meine... Hier, kommt mal her. Ah, Tagebuch, neuer Eintrag. Steinklinge. Man kriegt also so kleine Tipps da oben rechts, sehe ich heute. Ja. Ich sag ja, ich war total überfordert damit. Mit dem ganzen Spiel. Vorsicht, da ist ein Bienennest. Bienennest, wa. Achso, du bist schon drin vorbei. Ich hab ja was gelernt in der letzten Folge. Ich höre Aras. Oh, hier ist ein Eingewohner. Der schießt mit Pfeilen auf mich. Kann man den schlagen? Aua. Bienennest, fuck. Sehr heftig. Antares, komm zu mir. Hier ist auch ein Lager, hier ist ein Camp. Ich fuhl mir grad die Achs. Ja, lass mal erstmal hier Gefahr. Ja, weg von denen. Ne, ich hau den ja schon. Oh Gott. Hier machen wir schon mit den Fäusten. Okay, der ist weg. Klinge erforderlich. Ja, gut, dann kommt jetzt hierher. Kann ich sein Bogen? Ne, ich glaub nicht. Ich hab einen Bogen. Oder? Bogen. Ah. So. Ich hab einen Stammbogen, Junge. So. Wenn du eine Klinge hast, dann können wir den häuten, glaub ich. Steinmesser, Steinmesser. Ich hab eine Knochenklinge von ihm. Geil, dann häute ihn mal. Du brauchst eine Klinge. Entschuldigung, Antares, wir sind aufgeregt. Zwei Steine herstellen. Ja, du musst direkt... Ne, ich hör dir sofort zu, aber wir haben gerade einen erlegt, Alter. So. Guck mal, die häutet ihn jetzt. Die macht ihn fertig. Ja. Uns gehört der Dschungel, Junge. Was hast du bekommen? Oh, ich hab Federn. Ich hab Menschenfleisch. Menschenfleisch. Stock. Seil. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir das essen. Ja, müssen wir nicht essen. Ne, Steinmesser. Wo ist denn der Bogen? Ist der Steinmesser? Da. Herstellen. Guck mal. Herstellen. So, jetzt hab ich eine Axt. Ich hab eine unbekannte Triegel gefunden. So, die Axt möchte ich jetzt in die Hand nehmen. Wie geht das? Die Axt möchtest du jetzt in die Hand nehmen. Ja, wie krieg ich die in die Hand? Ah, so. Ja, genau, wie kriegen wir das jetzt hier? Sollen wir hier mal ins Lager gehen? Und jetzt kann ich hier diesen Stock abschlagen. So, und jetzt hab ich einen langen Stock. Den drück ich jetzt direkt auf Herstellen. Wie kann ich den mit dem Bogen ziehen? Und wenn ich jetzt auf... Guck mal, guck mal. Da kann ich schon einen schwachen Speer machen. Aber wenn ich jetzt noch ein Seil hinzumach... Scheiße, Bienen. ...dann krieg ich meinen Bogen. Und schon hab ich einen Bogen. Geil, Alter. Ich hab auch einen Bogen. Aber ich kann mit dem Bogen nichts machen. Ich kann den nicht links klicken oder so. Ich kann... Ich hab ihn halt nur in der Hand. Ja, du brauchst natürlich auch Pfeile. Ich hatte, glaub ich, einen Pfeil bekommen. Ich guck mal nochmal. Ach, guck mal. Hier ist noch ein langer Stock. Den kann ich jetzt auf Herstellen. Und einfach auf Herstellen klicken. Und schon hab ich einen Speer. Guck mal. Okay. Ich kann mit dem Bogen erstmal nichts anfangen, wie das aussieht. Ja, Pfeile. Wir brauchen Feder. Also... Ah, das. Ich hab Federn. Du hast schon Federn. Ja, das ist gut. Ja, weil ich doch grad den Typen da gehäutet hab. Ich hab, ich hab... Oh, ein Beuteltier. Den krieg ich nicht, ne? Wieso? Wie kann ich denn jetzt... Was kann ich Mikrofon? ... meinen Bogen wieder ablegen? Ich hab eine saufene Hand. Weiß das jemand? Nee, keine Ahnung. Ich hab das auch noch nicht raus, wie ich hier... Hey, rechts klick, ausrüsten. Okay. Ich kann nicht auch... Ich kann den... Habe ich einen Bogen in der Hand, Yasmin? Ja. Toll. Will ich nicht. Also, ich möchte den nicht in der Hand haben. Kann ich den auf zwei machen? Ist er jetzt weg? Ja, ist weg. So. Hier, Sperrwerfen. Ach so, was du auf der Eins hast, ist auch in deiner Hand, glaube ich. Okay. Okay. Gut. Oh, ich hab einen Topf. Kannst du versuchen, einen Pfeil zu machen mit dem Stock und Federn, Yasmin? Kann ich sofort gucken? Ich sammle gerade... Ja, klar. So. Möchtet... Möchtet ihr denn jetzt, dass ich euch was erkläre? Auf jeden Fall. Komm doch zu uns. Wir haben hier ein Lager. Komm doch hierhin, Yasmin. Ja, aber hier kann ich euch das ja nicht zeigen. Ja gut, dann kommen wir mit. Ja, ich komm mit. Ich wollte, wie gesagt, nur meinen ersten Kill feiern. Ja. So, und zwar seht ihr hier diese Palmenblätter. Jo. Und da seht ihr auch, ähm... Ja, die vertrockneten Palmenblätter. Und aus den vertrockneten Palmenblättern kriegen wir Zunder für das Feuer. Ich glaube, ich sollte mal die Axt... Aber ich brauche eine Knochenklinge oder so. Yasmin, kannst du mal die Korpusnuss hier aufschlagen? Knochenklinge, zwei Steine. Ich hab keine Steine. Ach so. Ach so. Also nicht Knochenklinge, aber... Oder irgendwas, womit ich die halt kaputt kriege da. Ich hab einen Ausschlag. Ausschlag? Ja. Ja, es kann ich euch auch... Die Heilpflanzen, die kenn ich auch. Gut, machen wir nach und nach. Aber ich nehm jetzt erstmal hier das Zunder mit. Okay, ich hör jetzt hier... Was für eine Kokosnuss? Hat er schon gemacht, der. Hat er es. Ach so, okay. Noch geht's uns ja gut, aber wir haben nichts zu trinken und so. Deshalb, ich hab ein bisschen Panik. Ich weiß, wie es gestern aussah. So, einen großen Stock und einen kleinen Stock. Da hab ich meinen Handbucher. Also ich kann jetzt schon mal Feuer machen. Gut, ich... Kann man dann Steine suchen, ist das richtig? Ja, Steine. Okay, Steine. Sind die groß? Seh ich die? Sind das so kleine wie bei Forest, oder? Wildschweine oder so? Oh, oh, oh. Ich geh mal lieber hier lang. Also vor den Eingeborenen brauchen wir nicht so eine Angst haben, wenn die Einzelnen sind. Ich hab den alleine mit ein paar Schlägen weggehabt. Okay. Ich bin ja nicht auf Hardcore. Also ich versuche jetzt mal... Hier so ein... Wo ist mein Speer? Handbohrer? Also ich laufe jetzt mal hier rum und suche nach Steine. Ganz einfach mal so. Geistige Gesundheit minus eins. So ein Papagei will ich jetzt mal jagen. Ja, wenn ich einen Pfeil hätte, könnte ich den schießen. Ja, mit dem Speer. Du kannst auch mit dem Speer... Ich habe nichts. Ich habe keinen Speer. Ich habe nur den Boden. Und ich suche immer noch Steine. Aha, Steine, guck mal. Aufheben, großer Stein. Kann ich den auch klein machen? Ja, kannst du. Da sind die Vögel. Zerstören? Nee, sammeln dann, ne? Sammeln. Ja! Ich hab Fleisch. Das hat sich anders angehört. Hast du jetzt den großen Stein klein gemacht? Ja, ich hab jetzt drei Steine gesammelt. Also auf Sammeln geklickt. Gut, dann kannst du jetzt zwei kleine Steine... Ja. ...herstellen. Und damit kannst du dir so eine Steinklinge machen. Herstellen. Stapel zerstören. Herstellen. Steinklinge, jo, herstellen. Nice. Alles gleich. So, und jetzt packst du dir ein Stock, ein Seil und diese Steinklinge. Ein Stock herstellen, ein Seil herstellen. Und was? Und die Steinklinge? Yes. Ähm. Geil. Ich habe ein Schwein erlegt. Geil, Mann. Ein Pekali. Steinhacke. Klinge erfordert. Steinhacke, ja? Meinst du das? Genau, die Steinhacke. Und mit der kann man gut abbauen, ja? Warte mal. Klinge erfordert. Handwerk plus ein. Oh, ich... Genau. Aha. Ich muss mal eben... Seht, Leute, da sind wir schon mal weiter wie gestern. Dadurch, dass der Antares das Tutorial gemacht hat, haben wir jetzt schon mal Werkzeug. Das ist schon mal super. Verbände und so werden, glaube ich, du... Ich habe eine Machete gefunden. Wo bist du? Ich bin immer noch im Lager. Okay. Kann man die doppelt looten oder kannst du nur die looten? Okay, ich sammle Fleisch. Nee. Ja, tu das. Also liegt jetzt keiner mehr. Also wäre jetzt naheliegend ein Lagerfeuer zu machen, ne? Ja, kann ich auch sofort machen. Ich habe einen Topf. Ich habe einen Topf. Können wir das mit Wasser füllen? Und einen Kochlöffel. Da unten ist so ein See. Kannst du das mit Wasser füllen, dass wir Wasser trinken könnten? Warte, ich gucke. Wo hast du die Mäte gefunden? Sag mal. Wo lag die? Ob ich die auch sehe? Oh, ja, Frete. Jo. Die hat hier irgendwo drinnen gesteckt. Also hier, ja? Irgendwo am Anfang des Lagers. Warte, ich gucke gerade. Hä, wo lag die? Von wo kamen wir? Keine Ahnung. Das Lager ist schon umrundet. Ich glaube, die lag hier vorne. Hier vorne lag sie. Okay, kannst dann nur du lösen. Okay. Das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir haben nochmal Hater. Ja. Cool. Knochenmesser liegt hier. Oh, was ist denn? Ach, so ein Stock. Da kann man noch ein Speer draus machen. Hier liegt ein schwacher Speer. Will den einer haben? Na, dann nimm das Dingste nehmen. Jo. Hier auf dem Buch. Nice. Läuft, Leute, läuft. Das haben wir uns halt auch so gedacht. Wir haben halt echt reingefunden. Wir hatten Spaß, aber wir hatten halt keine Ahnung. Und deshalb müssen wir das ein bisschen benutzen. Ich kann die Mikrowelle benutzen. Achso, auf. Das wär's ja jetzt, ey. Gib mal ein Stück Fleisch. Mikrowelle 10 Minuten. Ja, ich mach jetzt Feuer. Jo, ich komm. Ja, ich geh Wasser holen. Genau, hol mal Wasser, wenn das geht. Blut erforderlich. Ah, dafür hast du jetzt die trockenen Pflanzen, ne? Genau. Ja, nice. Mach ich Feuerbohrer. Wie geht's mir denn? Guck mal, wo hab ich... Du hast Hättig, ja. Ansonsten, weißt du was noch zu Nahrung? Thema Nahrung irgendwie, ähm. Ich hab schon Fleisch. Ich hab ein Gürteltier erlegt. Und ich hab zwei Papageier, die ich da jetzt drauf... Jo, aber Fleisch gibt ja nicht alles, ne? Du brauchst ja Fett. Du brauchst ja, äh, Fleisch und du brauchst Proteine, glaub ich. Ich glaub, gelb ist Fett, rot ist, glaub ich, Fleisch und grün ist Proteine. Oh nein, jetzt fängt es an zu regnen. Geht das jetzt überhaupt? Das werden wir gleich sehen. Ja. Ansonsten bauen wir das... Nein, ich glaube nicht. ...bauen wir das hier drunter unter die... Hättest du auch hier drunter stellen können. Guck mal, hier hättest du sogar sofort einen Grill draus gehabt. Aber ich probier's einfach mal jetzt hier. Also oben ist Gesundheit, ne? Der oberen ist... Nein, ist ausgegangen. Dann stell's doch runter. Ich hab einen Tropf mit Wasser. Stell's doch hier irgendwo, hier. Guck mal, hier rein. Ja, ich hab jetzt kein trockenes Blatt mehr, du. Ja, dann mach hier und wir suchen Blätter. Guck mal hier, kannst du reinstellen. Hier ist ganz cool. Oh, ist das ärgerlich. Hier liegt auch übrigens ganz viel Weed. Ja, ich hab ja jetzt keine Äste mehr. Ja, warte, warte, ich hab... Lasko, 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 Lasko. Ähm, dann machst du das jetzt. Dann zeig ich dir jetzt, wie das geht. Ähm, du drückst auf Tag. Und dann rechts auf das Tagebuch. Äh, was? Ach da, okay, ja. Das vierte Symbol. So, und jetzt gehst du rechts, siehst du das, äh, von dem Buch, das dritte Symbol, Feuer, genau. Und dann drückst du auf das kleine Feuer und dann kannst du's placen. Ah, placen. Aber hier nicht, kann ich nur unter dem Haus placen. Er muss halt gucken, wie's geht. Müssen wir hier unterm, gucken, dass wir hier runterstellen, so, ne? Da drunter? Ja, wenn das da nicht regnet. Ja, hier glaub ich nicht, oder? Wir versuchen's einfach mal. Äh, herstellen mit links. Ich glaub, ich glaub, das regnet da. Okay. Ja, ich glaub auch. Ah, hier, guck mal, hier ist ein Dach, guck mal, guck mal hier hin. Hier, hier ist doch gut. Geht es? Nee, geht nicht. Ähm, hier vielleicht? Das war nämlich genau das Problem, was ich eben auch hatte, ne? Nee, geht's auch nicht. Ja, sonst müssen wir einfach warten, bis der Regen aufhört gleich. Also, ich könnte jetzt hier, könnte ich jetzt was drunterlegen. Jo, das ist auch so ein Wassersammler, wie's aussieht. Mach mal den, aber warte, du hast doch Wasser geholt, oder? Oder musst du den Topf da jetzt hinstellen? Ja, ich hab, der ist aber leer. Ja, dann mach deinen Topf da drunter, dann haben wir gleich Wasser wahrscheinlich. Ja, mach ich. Regenwasser. Ich hab mir das da hingestellt. Also, ich place jetzt mal nicht, dann warten wir weiter, bis der Regen weg ist. Ja. Und vielleicht, warte mal, warte mal, warte mal, wir können doch bestimmt im Tagebuch so einen Unterstand bauen, wo das drunter stehen kann, oder? Mal hier, Rahmen. Ja, genau, genau. Bambusrahmen. Guck da mal. Guck du mal danach und ich versuch mal wieder trockene Blätter irgendwie ranzukriegen. Jo, mach ich. Weiß halt nicht, wie das jetzt ist bei Regen. Ich hab aber auch noch welche. Ah, okay. Ah, guck mal hier. Palmendach. Oder Bananendach. Haben wir hier Palmenblätter oder Bananenblätter in der Nähe? Palmen. Palmenblätter. Guck mal da. Oder? Guck mal eben, was um uns herum ist. Palme oder Banane? Hat aufgehört zu regnen? Ich glaube, Palme. Ne, Palme haben wir hier. Palme, gut. Dann mach ich ein Palmendach. Einfach. Ja, dann hau ich schon mal drauf. Wo ist denn unser Feuer? Ah, kann ich hier nicht placen, okay. Schade. Ach, du brauchst erst einen Rahmen und dann wahrscheinlich das Palmendach. Warte mal. Übrigens, Leute, nicht erschrecken. Ich hab mein Handy gestellt. Wir wollen nämlich die Folgen so unter einer halben Stunde halten. Wenn es gleich piepst, dann machen wir aus. Just saying. So, ich heize jetzt wieder an. Ja, mach das. Ich mach mal hier Bambus... Ne. Seiteneingang. Bambusseiteneingang. Trockenes Blatt benutzen. Eingang. Bambuseingang. Kleine Wand. Bambuswand. Was ist denn los hier? Ne, das will ich nicht. So, und jetzt das Fleisch. Bananen doch. Ne. So. Leiter. Was ist das denn hier? Ich hab immer noch fünf Blätter in der Hand. Antares, geh mal kurz beiseite, bitte. Nein, 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 nein. Ich warte jetzt, bis es hier fertig ist. Ich könnte es vielleicht placen, aber... Ich weiß nicht, ob du jetzt störst oder ob das Gelände stört. Ne, das Gelände stört hier. Schade. Egal, lassen wir das mit dem Dach erstmal sein. Wir sind ja froh, wenn wir erstmal Essen kriegen, ne? Wo war denn jetzt, ähm, dein, dein, dein Topf, den du untergestellt hast, Asmi? Wo war das? Oh Gott, es ist dunkel. Hier. Ah ja, mal gucken, kann ich trinken? Jo. Eh. Ich hab getrunken. Ich hoffe nicht alles. Subi. Sechs Hydration. Ne, ist leer. Ah shit. Ich hab... Aber es tropft noch durch, es tropft noch durch. Jo, ich hab nämlich immer noch, ähm, Durst ohne Ende. Also hat jetzt nicht viel gebracht. Boah, wie lange brauchen wir das, bis es fertig ist? Na, Fleisch brauchst du auch ein bisschen, ne? Vom Bildschwein, ey. In Verwendung? Ja, hatte ich auch vorhin. Wahrscheinlich, weil es kocht oder so. Das Menschenfleisch. Ich habe gehört, dass man das Menschenfleisch nicht essen sollte, weil man dadurch geistig, ähm, ein bisschen beschränkt wird. Ja, klar, das kennt man ja schon auch vom Forrest zum Beispiel. Ja. Würde ich auch nicht raten, dass wir das tun. Aber du hast ihn ja, äh, zerschnitten, quasi wegen der Federn. Also soll ich das Menschenfleisch einfach wegschmeißen? Ja, wenn du jetzt keine andere Verwendung dafür siehst, kann man das irgendwie im Ritual verbrennen oder so? Das verdirbt irgendwie. Ja, dann schmeiß er doch. Aber nicht hier ins Lager, sonst kommen bestimmt Fliegen oder so. Schmeiß doch mal irgendwo da, wo wir nicht hingehen. Hier sind auch so kleine Hütten, ne? Ah, Jetzi, da ist so ein Balken, der da durchläuft. Oh, sag mal was. Dann ist es ja gleich fertig. Sehe ich auch was? Ah ja, klar, jetzt ist es gleich fertig, ja. Gekocht. Hikari-Fleisch. So, das andere kann jemand von euch nehmen? Nee, kann ich nur nehmen. Ah, gekocht, ja, okay. Genau. Lass mal auf. Essen. Okay. So, eins habe ich noch. Jo. Das ist dann für, äh, genau. Gekocht. Das lege ich jetzt drauf. Ah, Verfall, ein Tag, cool. Ähm, wie esse ich dann? Boah, hier, nimmt mal jemand von euch bitte hier die Karte. Essen. Wow, 16 Fett, Energie, Proteine, ja, das hast du reingehauen, ne? Ja, steht in Verwendung, kann ich nicht aufheben. Achso, weil ich drauf geguckt habe. Ah, jetzt. Sehr gut. Ah, und wir generieren Leben, yay. Oh, jetzt ist Feuer aus. Ja. Oh, cool. Ein bisschen Fett fehlt noch. Kriegt Glut erforderlich. Krabbel Fleisch ist noch grob. Ja, äh, du hast gesagt, du hast noch ein trockenes Blatt, ne? Ja, aber es regnet. Achso, es regnet schon wieder, oh Gott. Oh, ist aber sehr realistisch, ne? Dass es so oft regnet, ja. Nee, allgemein, das, ach, hier ist ein trockenes Blatt, hab ich, ich hab eins. Aber ich behalte es mal erstmal im Inventar dann, ne? Bevor das im Regen... Das kann jemand von euch noch trinken. Ah. Was denn? Ah, diese Vögel, ne? Ja. Ich hab die jetzt, äh, gesammelt und hab dadurch zwölf Federn bekommen und, äh, Arafleisch noch dazu. Ja, nice. Jetzt kann ich mit den Federn, jetzt lass mich mal Pfeile machen, äh, herstellen. Jo, mach mal. Herstellen. Ich hab einen Bogen, aber ich glaub, den kann man vielleicht nur nutzen, wenn man auch einen Pfeil hat, sonst hält man den nur fest halt. Ich sag mal, hier ein paar Palmenblätter, die schmeißen wir mal hier hin. Vielleicht brauchen wir sie, ja? Antares, soll ich dir das trockene Blatt geben? Ah, jetzt hab ich... Äh, äh, du kannst, du kannst das auch ruhig mal einmal selber machen, indem du dir einen Handbohrer herstellst, dass du auch weißt, wie das geht, wenn du möchtest, ansonsten kannst du mir das auch geben. Ich würd auch gern einen Handbohrer herstellen. Ja, einen großen Stock und einen kleinen Stock. Also einfach tappen. Ich hab nur große, glaub ich, oder? Ja, ich hab auch nicht genug Stöcker für die Pfeile jetzt. Handbohrer. Oh, ne, ich hab klein, hab ich auch, okay. Also herstellen. Genau. Und einen kleinen, äh, herstellen. Genau, einen großen und einen kleinen. Und dann habt ihr den Handbohrer. Genau, und wenn du jetzt da unten sitzt, musst du dir das trockene Blatt, äh, da mit reinmachen. Und dann kannst du, äh, losbohren. Nochmal, wie? Das Blatt da rein, ja? Ah, guck, Jasmin, Jasmin, mach schon. Ja, ja, nicht, nee, nächstes Mal. Mach mal erst mal. Ich wollte jetzt noch gucken, dass ich vielleicht... Äh, warum hat das jetzt nicht funktioniert? ...was finde. Hat das nicht geklappt? Nee. Okay, bei mir hat es bis jetzt halt immer geklappt. Es kann natürlich sein, dass, äh, da nur eine gewisse Chance besteht, dass man die Glut bekommt, ne? Ausrüsten. Ah, so geht das Ganze. So, aber meine Energie. Ich würde gern mal, äh, ein bisschen schlafen. Ah, und so wirft man den. Wie hast du den Sperr denn geworfen? Ähm, Mausrad drücken. Mausrad? Eindrücken. Das hat wieder nicht funktioniert. Okay. Jo, wir haben auf jeden Fall schon mehr wie gestern hier erreicht. Äh, können wir noch ein Aderfleisch essen? Ja. Es regnet grad nicht. Ja, ich möchte mal ganz kurz schlafen. Nee, ich würde jetzt erstmal essen und dann schlafen, weil du verlierst sehr viel Essen beim Schlafen. Aber du schläfst schon, ne? Ja, aber ich hab sehr wenig Energie. Ich muss halt schlafen jetzt. Alles klar, mach das in Ruhe. Sag, wenn's kocht, äh, das ist nun. Ja, es ging ja nicht. Ach so, dann versuch ich nochmal. Also ich... So, ich hab geschlafen. Ich muss mich da jetzt hinhocken. Nein. Wie geht's auch schon wieder besser? Muss ich das, äh, den Handbohrer ausrüsten oder was? Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Genau. Genau, richtig. Ähm, ausrüsten. Den Handbohrer ausrüsten. Dann setzt der Charakter sich so hin. Aha, okay. Wo ist denn der Glut da? Da. Äh. Ausrüsten, benutzen, so. Ah, okay. Cool. Genau. Was mach ich jetzt? Jetzt nimmst du dir das Blatt. Blatt? Dein trockenes Blatt, das du hast. Brauch ich wieder eins. Du brauchst, äh, entweder ein trockenes Blatt oder, äh, vom Vogelnest gibt's ja auch so, äh, Zunder, ne? Das, äh, ah, da, trockenes Blatt. Okay, das zieh ich mir irgendwo rein. Ah, da. Seh schon. Okay, und hier. Auf den Punkt. Und jetzt mach ich was? Dann geht's eigentlich automatisch los. Das Blatt ist weg, aber nix geht los. Ach, auf den Punkt, dass ich's machen soll. Scheiße, hab's aufs Lagerfeuer gelegt. Hast du jetzt noch eins? Ne, warte mal. Ich guck mal, ob's noch da liegt jetzt. Ich hab's hier draufgelegt. Ich hab auch kein Zweil. Hier, ich hab noch. Äh, jo. Ja, perfekt. Warte, dann mach ich's nochmal, das ganze Spielchen. Ja, Leute, ihr seht, wir üben, aber diesmal wenigstens vernünftig. Und nicht, dass wir nur durch die Gegend sausen. So, benutzen, Leute. Ich versuch's nochmal. Jetzt packe ich das Blatt mal hier rein. Da wahrscheinlich. Ah, ja. Was, Bitch? Habt ihr Bitch gesagt? Ja, hatte. Und jetzt, äh, anzünden. Yay! Fleisch drauf, bitte. Ja? Ja, ich leg mir auch mein Fleisch drauf, was ich eben grad noch aufgenommen hab. Ich hab nix. Das Pekari-Fleisch, was ich da nicht mehr rechtzeitig... Obwohl, jetzt bräuchte ich zum Beispiel nur noch das Gelbe, also nur noch Fett. Und Fett ist wahrscheinlich Kokos, ne? Fett ist Nüsse. Nüsse. Hast du Nüsse? Und es regnet schon wieder. Oh, nee, ne? Okay, also wir halten fest, wir brauchen auf jeden Fall Vorrat an trockenen Blättern, ne? Oder an Vogeln. Ja, wollen wir mal so ein, so ein... Wollen wir einfach mal hier weg irgendwo eine Fläche finden, wo wir uns wirklich vernünftig ein Dach bauen können und alles. Können wir ja, klar. Ich wollte halt jetzt noch mal essen. Und schlafen muss ich auch noch mal. Ja, ich nehm den Topf aber mit, ne? Auf jeden Fall. Warte, ich trinke ihn noch mal aus, wenn du willst. Ja. Hat jemand Durst? Oh. Ja, ist schon weg. Okay, ist schon weg. Ich wollte eigentlich weder raus, aber irgendwie war das dann noch nicht mehr. Dann geht man schlafen jetzt. Ich muss mich auswenden. Ja, ich muss mich hinlegen. Die müssen hier eigentlich sein, oder? Ach geil, Fruchtfleisch der Kokosnuss kann man das. Ja, klar. Für Fett auch wahrscheinlich, das meinte ich ja. Ja, und hier runter? Und dann hier lang? Und dann hier rüber? Komm, wir schlafen bei der Mikrowelle. Nee, hier. Ah. Perfekt. Jo. Ja, dann schlafe ich auch noch mal ein bisschen. Ja, ich schlafe mich jetzt voll und dann kommen wir los. Habe ich zwar wieder Hunger und alles, aber egal. Wie weit sind wir denn mit der Folge? Ähm... God, I'm thirsty. Jo. Ähm, also in einer Minute, zwei, haben wir knapp eine halbe Stunde. Sollen wir an der Stelle aufhören und dann in der nächsten Folge losziehen. Wäre doch ein guter Ansatz jetzt, oder? Ja, finde ich auch. Ein guter Zeitpunkt. Leute, wir sind erholt. Jetzt sind die Werte voll am Arsch, sehe ich gerade. Ich habe total Durst. Aber gut, das kriegen wir hin. Äh, gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und, äh, seid nächstes Mal dabei, wenn wir losziehen, irgendwie, irgendwo hin. Genau. Bis dahin und auf... Auf... Videosehen. Tschüss. Ciao.